Die Südpfalz ist meine Heimat. Hier bin ich verwurzelt und die Region zwischen Weinbergen, Wald und dem Rhein ist großartig. Wir haben eine tolle Lebensqualität. Ich will, dass diese Lebensqualität erhalten bleibt. Dazu gehört zum Beispiel auch, dass der Hochwasserschutz weiter vorangetrieben wird. Dazu gehört auch, dass der Wald auch künftig nachhaltig bewirtschaftet wird. Und dazu gehört selbstverständlich auch, dass die Schnakenbekämpfung hier am Oberrhein in der gewohnten Effektivität weitergeht. Dafür mache ich mich stark.